Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine, jedoch nur um die Musikanteile gekürzte Version. In unserer heutigen Reisesendung hören Sie die Schriftstellerin Barbara de Mars. Während der Pandemie unternahm sie Wanderungen durch ihre Wahlheimat Italien und erlebte, wie es ist, wenn man ohne Impfpass einen Kaffee bestellen will oder gar eine Unterkunft braucht. Seit über 20 Jahren lebt die Kunsthistorikerin im goldenen Dreieck der Toskana zwischen Florenz, Arezzo und Siena. In den letzten drei Jahren musste sie erleben, wie sich die stolzen Toskaner in Maskenträger verwandelten, die Italiener viele neue englische Begriffe wie Green Pass und Lockdown lernten und die Regierung auf die sogenannte Pandemie reagierte wie viele andere Regierungen in Europa. In ihrem Buch »Wahrnehmung und Wirklichkeit – Eine Ergehung« erzählt Barbara de Mars von diesen Spaziergängen zu den Lebens- und Wirkorten großer Maler wie Giotto, Piero della Francesca und Leonardo da Vinci. In der heutigen Folge geht es von Arezzo ins malerische Chiotal. Dogmen und Glück Von Loro Giuffena nach Arezzo 23 Kilometer Am nächsten Morgen war ich erneut am großen Parkplatz von Loro. Jetzt war die Luft unter einem strahlend blauen Himmel zwar schneidend, aber ich hoffte, dass sie sich rasch erwärmte. Die schneebedeckte Kuppe des Pratomagno dämpfte jedoch schnell allzu euphorische Erwartungen, Dem Tempelritter hatte ich vage in Aussicht gestellt, Arezzo erreichen zu wollen. In Wirklichkeit war ich mir dessen nicht so sicher. Die harten Sohlen der Bergschuhe gestern waren den Füßen nicht bekommen. Heute probierte ich jetzt deshalb mit weichen Turnschuhen mit Pelzeinlagen. So früh am Morgen waren die Finger selbst in den Handschuhen, taub vor Kälte, und die Wangen fühlten sich an, als scheuerte ein Reibeisen an ihnen. Bald tauchte oberhalb meines Weges linker Hand die Pfarrkirche von Gropina auf, deren elegant geschwungene Absis nach Osten zeigte. Ich dachte zurück an den Sommer, als wir auf unserer Wanderung mit dem Brummbären an ihr vorbeikamen. Gen Osten ging auch ich nun der Sonne entgegen. Immer öfter wichen die Olivenhaine Weinbergen, deren winterlich nackte Rebenarme an die Träte geflochten waren, als seien sie gekreuzigt. Unter Gropina lag die Vigna delle Sancioni, ein monumentales und mit brachialer Gewalt verfolgtes Trotzprojekt des faschistischen Italien. Nachdem Mussolini 1935 Abyssinien angegriffen hatte, weil auch er einen Platz an der Sonne wollte, verhängte der Völkerbund Sanktionen gegen das Land. Mussolini schob sein ausladendes Kinn noch weiter vor und verkündete, der Stiefel solle autark werden. Sein Hofarchitekt Piacentini plante den Weinberg, der wie eine Kaskade in vielen Terrassen den Hang hinunterplätscherte. Es waren hunderte Männer, Frauen und Kinder, die ihn mit ihren Händen und der Hilfe einiger weniger Kianinerinder der Erde abrangen. Wuchtige kalkweiße Steinmauern und übergroße Agaven drückten der Landschaft einen Stempel auf, der wohl heroisch wirken sollte. Der Berg erinnerte tatsächlich entfernt an die Cheops-Pyramide, allerdings sehr entfernt. Neben dem einsamen Weinberg stand eine Eiche und an ihr hatte jemand eine Plakette angebracht. Videokameras auf den Bäumen. Zwar sah ich keine, aber ich war mir nicht sicher, ob es nicht doch welche gab. Was sollten die Kameras wohl aufzeichnen und verhindern? Vandalismus oder Sexorgien? Monumental war kurz darauf dann neben der Straße auch das Gaswerk mit seinen Röhren, die wie ein halb versunkener Ozeandampfer aus der Erde starken und dabei doch versuchten, sich verschämt in die Landschaft zu ducken, um nicht gesehen zu werden. Das Werk, das auch an der Börse gehandelt wurde, bemäntelte sich gern mit guten Werken und lieh deshalb Terrain an eine Kooperative, die eng mit der örtlichen Politik verbandelt war. So durften sozial benachteiligte junge Leute staatlich gefördert das Feld beackern. Das Gemüse landete auf den Tellern von Kindergärten und Schulen und das Gaswerk fuhr für die Teilhaber riesige Gewinne ein. Die Kooperativen waren klebrige Fäden im Kokon der toskanischen Parteienlandschaft und sicherten lokalen Abgeordneten ihre Macht. Dann bremste in einer Kurve abrupt ein Pritschenwagen neben mir und ein braungebrannter, von Wind, Wetter und Alkohol tief zerfurchter Arbeiter stieg in schweren Maurerschuhen aus und läutete am Gartentor nebenan. »Ki sei!« »Wer er sei!« kreischte eine Stimme durch den Lautsprecher und der Maurer schrie ebenso zurück »So Eros!« Die Szene machte mich unwillkürlich lachen. Aber vielleicht war einfach die Spannung zwischen dem Ideal des Begriffs Eros in den Köpfen der Leute und der erschütternden Realität dieses armen Mannes zu groß. Es hätte mich nicht gewundert, wenn er die Entfernung vom Ideal nicht ausgehalten hätte und deswegen seinen Trost im Chianti-Wein suchte. Im Wettstreit mit dem griechischen Gott war der Eros mit seiner erodierten Gesichtslandschaft, wie er vor mir stand, tatsächlich ein Fiasko. Ich hörte zu, wie er respektvoll, aber nicht unterwürfig durch die Lautsprechermuschel auf die Hausherrin einredete. Den viel zu hoch gesteckten Namen schien er würdevoll, vor allem aber mit Humor zu tragen. Von dem hatten die Toskana zum Glück eine Menge. Irgendwie bewunderte ich Eros, dass er sein Schicksal so stoisch ertrug. In dem Moment piepste mein Handy und ich las die Nachricht «Dei filosofi gräschi mi piace di più Clitoride che Parmenide». Von allen griechischen Philosophen gefiel Clitoris besser als Parmenides. Der toskanische Witz spielte gerne und das lautmalerisch, aber immer auf sehr handfeste Weise. Dabei hatte das Vulgäre eine erstaunliche Konsistenz, in die fein differenzierte Gedanken gar nicht einzudringen vermochten. An diesem Punkt begann mir der Magen zu knurren und ich beschloss, im nächsten Ort San Giustino zu rasten. In der Zwischenzeit vertrieb ich den Appetit, indem ich über das Glück nachdachte. Im Deutschen wies das Wort in zwei Richtungen. Man konnte Glück haben, weil das Schicksal eine wohlmeinende Fügung bescherte oder glücklich sein, was einen Gefühlszustand meinte. Im Italienischen war beides getrennt. Wer Glück hatte, war Fortunato und wer glücklich war, Felice. Inwieweit also hingen Zufall und Glück zusammen? Die Italiener waren seit jeher skeptisch, denn das Schicksal war nicht nur launisch, sondern oft auch schlecht gelaunt. Nördlich der Alpen gab man sich offener, sodass das französische Chance nicht nur das Glück bezeichnete, sondern auch eine Gelegenheit, die es beim Schopfe zu packen galt. Unsere heutige Gesellschaft dagegen strengte sich an, den Zufall auszumerzen, damit alles berechenbar wurde. Kontrolle der Gegenwart und Planung der Zukunft war die fixe Idee derer, die sich vor dem Neuen fürchteten. Ich hielt es mit dem römischen Dichter Lucrez, der einen interessanten Ansatz zum Zufall hatte. Für ihn gab es ab und an kleine Abweichungen vom erwarteten Gang der Dinge, genauso zufällig wie unerklärlich, und er nannte das Phänomen Das Leben trug den Zufall in sich und wurde vom Zufall getragen. Mein Hunger klopfte mittlerweile immer heftiger an die Innenwände und ich beschloss, mein Glück in San Justino auf die Probe zu stellen und zu versuchen, etwas zu essen zu bekommen. Am Wegrand häuften sich nun Schreine, welche auf die Mariendogmen pochten, Gebärerin Gottes, immerwährende Jungfräulichkeit, unbefleckte Empfängnis, Himmelfahrt. Glaubenssätze in der Tat, denn mit Logik waren sie nicht zu entschlüsseln. Kleine Statuen und Bilder verkörperten die größtmögliche Nähe zum Menschen, weil aus dem Mutterschoß ein jeder und alle Materie hervorging. Eine Frauengestalt, die Hände auf die Brust gelegt, blickte anmutig zum Himmel. Santa Maria ora pro nobis. Es war nicht die Erbarmerin-Ikone, wo die Frau sich liebevoll dem kleinen Baby auf ihrem Arm zuneigte, ergeben gebend. Die Kirche von Monte Marciano am Vortag fiel mir ein, in der Maria mit der mittigen Brust nur die Rolle übernahm, ihren Sohn zu stillen. Dort war sie auf ihre Funktion reduziert. Die Maria von Kascha hingegen, die den Betrachter ebenfalls nicht ansah, präsentierte stattdessen ihren Sohn, der in ihrer Hand aufrecht stand, wie Babys es manchmal taten, sodass man meinte, sie könnten schon stehen. Die Abbilder der Maria zeugten von dem Wandel der Zeiten und Konzepte. Die bekannteste Bar von San Justino war Marisa. Sie befand sich gleich neben der Apotheke, vor der die Leute Schlange standen, um sich testen zu lassen, damit sie wussten, wie sie sich fühlten. Forsch und von Hunger getrieben ging ich an der Schlange vorbei und direkt in die Bar. Sie war geräumig und mit dünnbeinigen Plastikstühlen der 90er Jahre eingerichtet. Nur eine Person saß vor ihrem Mittagessen und die Bedienung wartete hinter der Theke mit reichlich Auswahl an belegten Brötchen und Pizza. So deutete ich auf ein Panino mit Mozzarella und Salat und bestellte dazu einen obligatorischen Kaffee. Die hinter der schwarzen Maske geschätzt mittelalte Frau musterte mich und fragte Manja qui? Eil Grimpas? Ob ich hier essen würde und den Pass hätte? Ja, sagte ich, wobei sich in meinem Verständnis meine Antwort auf die erste Frage bezog. Demonstrativ legte ich das Geld auf den Tisch und hatte Glück, denn die Bedienung fragte nichts weiter, sondern strich die Münzen mit einer kurzen Handbewegung ein. Dann suchte ich eine Ecke, von der aus ich die Eingangstür gut im Blick hatte, um gegebenenfalls auf die Toilette verschwinden zu können, falls unerwünschter Besuch auftauchte. Ich wunderte mich selbst, wie schnell man sich fühlte wie ein Tier, fluchtbereit und auf jede kleinste Bewegung lauernd. Das alles war anstrengend und lieber hätte ich mich einfach zurückgelehnt und das Salatblatt zwischen den Zähnen zerrupft. Aber schließlich war ich das Risiko bewusst eingegangen. Ein paar Kilometer von San Justino entfernt kannte ich ein Restaurant, noch dazu ein gutes, von dem ich wusste, dass ich dort sicher war und niemand nach einem Pass fragen würde. Die Besitzer kannte ich seit vielen Jahren und sie mich. nur hätte ich, um dorthin zu gelangen, hin und zurück eine Stunde länger laufen müssen. Wortkarg stellte die Bedienung den Kaffee auf den Tisch und ich hatte den Eindruck, als ahnte sie etwas. Also beeilte ich mich, meine Sachen zusammenzukramen, um schnellstmöglich aufzubrechen. Pause war kurz gewesen und die Beine immer noch schwer, aber es half nichts. Jetzt zogen die Kurven entlang gepflegter Weinberge. Die Inhaber einer weltbekannten Modemarke hatten das Landgut von der ehemaligen italienischen Königsfamilie erworben und verlustierten sich nun mit Pferden, Golf und eigenem Flugplatz. Das Terrain war weitläufig, die Einrichtung der verstreuten, dazugehörigen Bauernhäuser, Bieder und das Personal ungebildet und arrogant. Der einzige Anspruch der Angestellten war, eine Marke zu verkörpern, die sich inklusiv gab und exklusiv war. An meiner Wegstrecke bis Arezzo lagen mehrere große Weingüter, die es in den letzten Jahrzehnten auch international zu einigem Renommee gebracht hatten, weil ihre Inhaber etwas von Marketing verstanden. Fast alle kamen sie ursprünglich aus der Modebranche und waren es mithin gewohnt, heiße Luft zu verkaufen. Eines der Güter lieferte seine Produkte schon seit Jahrzehnten kreuz und quer in ganz Deutschland direkt in die Häuser der Kunden, wobei besonders treue Käufer mit einem Olivenbäumchen belohnt wurden. Die Konsumenten begeisterten sich über die krakeligen Etiketten auf den Konserven, die wirken sollten, als seien sie von Hand geschrieben. Wenn die ausnahmslos ausländischen Touristen auf dem riesigen Gut urlaubten, gaukelten weißrot karierte Küchentücher und freilaufende Hühner Landleben wie anno dazu mal vor. Ein Italiener hätte über das Theater nur gelacht. Ein bisschen der Wirklichkeit entrückt, um nicht zu sagen verrückt, ging es auch im Dorf Gello Biscardo zu, das ein Stück weit über mir an einer Passstraße lag, welche ins benachbarte Casentino-Tal führte. In alten Schriften wurde des Öfteren vermerkt, das Dorf sei voller Irrer. Dann fand man heraus, dass wohl das Wasser verseucht war und die Einwohner deshalb seltsam wurden. Zumindest vergaßen sie dadurch die Verfasstheit der Welt. Ich ging immer weiter, die asphaltierte Sette-Ponty-Straße entlang und erreichte schließlich eine Anhöhe. Oben angekommen kippte das Panorama. Strichgerade ergoss sich die Straße in die Ebene und hinunter in das Dorf Castillon Fibocchi. Ganz hinten im Bild ragte die Mütze des Domkirchturms von Arezzo aus dem Dunst, die erst nach 700 Jahren Bauzeit fertig geworden war. Ein unbedeutender kleiner Klecks nicht zu vergleichen mit dem Dom von Florenz, dessen Kuppel alle Völker der Toskana umspannte, wie der Renaissance-Mensch Leon Battista Alberti einst schrieb. Dabei hatte Arezzo bis ins 13. Jahrhundert durchaus mit der Guellfischen Stadt konkurrieren können, bis zu jenem für die traditionsbewusste gebelinische Hochburg fatalen Tag, als ihr die dynamischere Kaufmannsstadt am Arno am Arno den Toskana noble Wurzeln. Noch vor den Römern brachten die Etrusker es in der Metallverarbeitung zur Meisterschaft. Im 16. Jahrhundert war eine bronzene etruskische Chimäre mit Löwenkopf, einem steinernen in ihren Rücken implantierten Ziegenkopf und Schlangenschwanz gefunden worden, die dem höchsten Lichtgott Tinia geweiht war. Die medische Herrscher verschleppten den Fund sofort nach Florenz. Anders als der römische Zeus war Tinia nicht nur potenter Blitzeschleuderer, sondern auch für die Fruchtbarkeit mit ihren jahreszeitlich bedingten Zyklen und besonders den Wein unverantwortlich. Aber die Aretiner besaßen nicht den unbedingten Willen zur Größe, den die Florentiner vor sich hertrugen. Das Örtchen Castillon Fibocchi, welches mir zu Füßen lag, hätte eines jener niedlichen, aber unbedeutenden kleinen Dörfer mit folkloristischem Applant sein können, wie es in der Toskana unzählige gab. Ein paar Details waren jedoch auffällig anders. So stellten alljährlich die Vereinsmitglieder der Söhne des Bocco, von den Fili di Bocco leitete sich ursprünglich der Ortsname her, einen barocken und fast venezianisch anmutenden Karneval nach. Stumm und wie durch einen unsichtbaren Mechanismus aufgezogen, wandelte jedes Jahr im Februar eine Scharade aufgeputzter Masken durch die Gassen. Hier war das Leben doch Theater. In Castillon Fibocchi hatte auch jener Herr gewohnt, der in den 70er Jahren die Freimaurerloge Propaganda Due dazu nutzte, um, wie es hieß, gegen den italienischen Staat zu konspirieren. Auch Attentate, wie das von 1980 auf den Bahnhof von Bologna, sollten von der Pidue ausgeführt und an anderen in die Schuhe geschoben worden sein. Die extreme Rechte und Linke bezichtigte sich gegenseitig der Taten. Nichts war, wie es schien und Arezzo und sein Umland galt bis zum heutigen Tag als Hochburg der Freimaurer und Geheimbünde. Riesige Gewerbequader, die jetzt zu einem guten Teil leer standen, kündeten zudem davon, dass vor den Toren Arezzos einmal masseneinfacher Arbeiter am Fließband gestanden oder Metalle gegossen hatten. Als ich den Ort mit seinen erhabenen Zebrastreifen und dem Blitzgerät, das zwar nicht funktionierte, aber Angst vor Strafe schüren sollte, entlang der Hauptstraße verließ, fegte plötzlich ein kalter Wind übers Land. Binnen weniger Minuten wurde die Luft eisig und die Landschaft hatte ihren Charakter geändert. Zu zu meiner Rechten ergossen sich nun nicht mehr Olivenhaine in Terrassen ins Tal, sondern es entwarf sich gen Süden eine weite hügelige Szenerie bis zum Amiaterberg, während sich links eichenbewaldete Hügel ins Casentino-Tal hineinstülpten. Die Natur war lieblich und gleichzeitig irgendwie undefiniert, ein Übergang in etwas anderes. Dann senkte die Straße sich hinunter nach Ponte Buriano und zum Fluss Arno. Zusammen mit der Ponte Vecchio in Florenz war diese romanische Bogenbrücke die einzige in der Toskana, die den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden hatte. Die Deutschen hieß es, wollten die robusten sechs Bögen auf ihrem Rückzug im Sommer 1944 sprengen, was die Alliierten gerade noch verhinderten. Auch meinten die Ortsansässigen, genau ihre Brücke im Hintergrund von Leonardo da Vinci's Mona Lisa zu erkennen. Tatsächlich hatte sich der Maler und Architekt zu Beginn des 16. Jahrhunderts in der Gegend aufgehalten und akribisch, wie es seine Art war, studiert, auf welche Weise die Wasser des Flusses zahm und schiffbar gemacht werden konnten. Damals arbeitete er unter anderem im Dienst von Cesare Borgia, dem Fürsten von Machiavelli und Sohn von Papst Alexander VI. Der Borgia war ein kaltblütiger und machtbewusster Kriegsherr, aber er und der Maler standen durchaus auf vertrautem Fuß. Zu der Zeit fertigte Leonardo geografische Karten aus der Vogelperspektive, die ein unglaubliches räumliches Vorstellungsvermögen demonstrierten, leicht hingehaucht und doch ganz erstaunlich präzise. Die Brücke hinter der Mona Lisa war ebenfalls aus der Luft besehen gemalt wie aus der Perspektive der Tauben, die hoch über mir durch die Lüfte segelten. Von meinem Standpunkt aus war die Brücke massiv und massig und beherrschte den Fluss. In den Augen der Taube ein schmaler Strich über den weiten undulierenden Schlaufen des Arno. Lange gelbe Schilfhalme säumten beide Uferseiten. Scharf tönte der Schrei eines Falken aus der Höhe und die Tauben stoben auf. Leonardo meinte, die Perspektive sei Zitat Steuer und Leitseil der Malerei. Auch des Lebens? Am anderen Brückenende stieg die Straße wieder etwas an und ich erreichte den aretinischen Vorort Quarata. Nun war der Moment gekommen und ich rief wieder einmal den Tempelritter an und sagte ihm, dass ich an der nächsten Tankstelle auf ihn warten würde. In dem peripheren Gürtel der Stadt beobachtete ich ein lebhaftes Viawai, ein kontinuierliches Kommen und Gehen. Autos hielten, Leute stiegen aus, nahmen in der Bar einen schnellen Kaffee und kommentierten lauthals Fußballergebnisse. Andere gingen gesetzten Schrittes ins Beerdigungsinstitut nebenan. Die Wärme, die durchs Laufen entstanden war, wich nun erstaunlich schnell aus meinen Gliedern und ich begann zu frösteln. Quarata war ein seltsamer Ort, niemand verweilte hier lange. Der Kiosk war zu, an der Bushaltestelle hing ein Zettel mit neuen Fahrplänen. Nachdem ein großer französischer Konzern die internationale Ausschreibung zum Betreiben der lokalen Busse gewonnen hatte, war alles durcheinander geraten. Es gab nicht genug Vehikel und die Fahrer meldeten sich krank, weil sie sich mit dem Virus angesteckt hatten. Irgendwie hatte ich den Eindruck, alles löse sich auf. In Quarata war im Januar 1276 der Papst Gregor X. verstorben, den man dann im Dom von Arezzo begrub. Er hatte das zweite Konzil von Lyon einberufen und verschiedene theologische Stimmen wie Buonaventura von Bagno Reggio und Albert Magnus an einen Tisch gebracht und die Bulle Ubi Periculum aufgesetzt, die neue Regeln zur Papstwahl festlegte, damit man zu einer Entscheidung kam und das Palawa nicht endlos wurde. Ich empfand es als Ironie des Schicksals, dass er ausgerechnet an so einem Durchgangsort verschieden war. Dann spürte ich ein Kratzen im Hals und war froh, als der Templer neben mir hielt. Der Garten Gottes Das Kiotal 16 Kilometer Die Vorbereitungen für meinen weiteren Weg wurden nun komplexer. Zunächst rief ich Hotels und B&Bs an und fragte, ob sie anscheinend Gesunde auch ohne Pass aufnehmen würden. Die Antworten waren alle negativ. Teils entrüstet, teils bedauernd. Es ist ein Gesetz und wir müssen dem Gesetz gehorchen. Die Stimmung und Argumentation war eine andere als noch im vergangenen Sommer, wo ich die Frage hatte unterschlagen und umschiffen können. So viel zur weit verbreiteten Ansicht, Italiener seien nicht gesetzestreu. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in den Medien der Mythos Italiani brava gente beschworen und in Filmen versuchte man die Rolle des faschistischen Italien herunter zu spielen. Im Grunde seien die Italiener anständige Leute und nur von den diabolischen Deutschen zu grausamen Taten verleitet worden. Wenn ich aus dem Telefon im Brustton der Überzeugung hörte es ist Gesetz und wir halten uns an Gesetze fragte ich mich ob sie den Gedanken je zu Ende dachten. Da ich auf dem freien Markt nicht weiter kam wandte ich mich an Freunde die bei Castiglion Fiorentino wohnten. Tatsächlich kannte jemand jemanden der dort eine Wohnung an Touristen vermietete. Sie ist auf deiner Seite sagte mir der Freund und ich fragte mich wie weit wir bereits gekommen waren in der Konfrontation zwischen wir und denen und ich und den anderen. Eine warme Stimme meldete sich am Telefon Natürlich könne ich das Apartment benutzen. Es befände sich direkt am Kassero und nein Geld wollte sie keines. Es sei selbstverständlich zu helfen. Nach all den vorher kassierten Abfuhren klang es wie aus einem anderen Universum und gar verschwörerisch als gelte es den generösen Akt vor den Mechanismen der Welt zu bewahren. Vor vielen Jahren hatte ich die Person hinter der Stimme bereits kennengelernt. Damals war sie masseuse und hatte mich nackt gesehen. Jetzt kam ich mir nackter vor als damals und die Stimme meiner Gesprächspartnerin hatte etwas Ätherisches wie eine gute Fee. Ich war an einen Punkt gekommen, an dem ich auf meinem bisher ziemlich geradlinigen Weg von A nach B eine Auszeit brauchte, um innezuhalten. So wie es zwischen dem Ein- und Ausatmen einen Moment gab, an dem alles im Gleichgewicht war und den Gesetzmäßigkeiten enthoben. Dafür kam das elliptische, grünwellige Chiotal hinter Castiglion Fiorentino gerade recht. Zwei- oder dreimal hatte ich es in der Vergangenheit schon durchfahren und immer für etwas Besonderes gehalten. Es schien mir eine Empfindungsdichte an die Natur rückgebundene Blase abseits des lauten Trubels. Auf der einen Seite des schmalen Eingangs, den man beinahe übersah, wachte Castiglion Fiorentino auf der anderen die Burg von Montecchio darüber, wer Zutritt zum Tal bekam. Vielleicht hatte Giorgio Vasari es richtig gesehen, wenn er es in der Loggia von Castiglion Fiorentino als Schauspiel inszenierte? Was faszinierte mich an dem Tal? Lag es an dem übersichtlichen, abgeschlossenen Horizont einer verständlichen, begrenzten Welt jenseits der frenetischen Zivilisation? Oder an der runden, warmen Form, die sich in mich ergoss wie ein Kleid aus flockiger Baumwolle, welches ich überstreifen mochte? Entlang der Hügelkante, die das Tal begrenzte, gab es einen Wanderweg und heutzutage sogar einen bekannten Trail, doch schien er mir mit fast 30 Kilometern zu lang und anstrengend. Deshalb kontaktierte ich eine Winzerin, die im Kiotal ihr Unternehmen hatte und die ich von früher kannte. Heute richtete sie Hochzeiten aus und vermietete alte Bauernhäuser an Feriengäste von weit her, die bereitwillig dem Charme der Miniaturwelt erlagen. Die Winzerin schickte mir einen Vorschlag für einen Weg, auf dem ich bis zu ihr wandern konnte. Ganz früh brach ich von zu Hause auf und erreichte morgens die Piazza Garibaldi in Castiglioni. Noch schnitt um diese Zeit die Kälte in die Haut und so zog ich wieder Handschuhe an und Mütze über. Der italienische Freiheitskämpfer Giuseppe Garibaldi hatte auf seiner Flucht vor den ausländischen Truppen in der Nacht vom 21. auf den 22. Juli 1849 hier Halt gemacht. Die Ordensleute und Priester hatten sich ängstlich hinter ihren Mauern eingeschlossen. Das Volk war neugieriger und einige wenige unterstützten den Patrioten sogar, obwohl dunkles Misstrauen die Herzen der meisten beherrschte. Als dann über 30 Jahre später die Nation Italien entstanden war und man Garibaldi schrieb, man würde ihm zu Ehren einen Obelisken errichten und einen Platz nach ihm benennen, antwortete der alte Held, der gehetzt und im Stich gelassen auf seiner Flucht Kameraden Frau sowie sein ungeborenes Kind verloren hatte Meine lieben Freunde aus Castiglion Fiorentino Danke für eure glorreiche Erinnerung Von Herzen erwidere ich eure Glückwünsche und bin seit Lebens euer Giuseppe Garibaldi Was hätte es auch gebracht den Stadtoberen Vorhaltungen zu machen jetzt wo sie so eifrig an seinem Mythos bastelten Die Uhr schlug zehn Es war ein warmer melodischer Ton Er fiel auf selbst heute wo Kirchturm Glocken keine Funktion mehr erfüllten und nur eine vergessene Tradition hoch hielten Früher hatten die Glocken weit ins Land gehalt und die Stunden mit Inhalt gefüllt zu den Laudes Sexten und Wespern oder auch um vor Unwetter und Gefahren zu warnen Später skandierten sie die Stunden des Tages damit man sich an ihnen während der Arbeit auf dem Feld orientieren konnte still genoss ich den nunmehr sinnentleerten Klang der mich trotzdem erinnerte dass er einmal für die Gemeinschaft gedacht worden war zunächst führte der beinahe ebene Weg durch ein bürgerliches Villenviertel wo der Rückzug ins Private aller Orten mit blickdichten Buchsbaumhecken und einem SUV in der Einfahrt zelebriert wurde am Wegrand oder in Häusernischen skandierte alle paar Minuten ein Marienschrein den Weg der nicht umsonst zum Wallfahrtsort der Madonna vom Bad führte neben den Gärten waren Olivenhaine sorgsam beschnitten und das Erdreich unter ihnen kreisrund aufgelockert damit sie Nahrung erhielten alles wirkte achtsam gepflegt nach wenigen Kilometern machte die Straße einen Knick und ich sah den Santuario im 13. Jahrhundert heißt es sei dort eine ganz in weiß gekleidete Maria zwei Schäferkindern erschienen die ihnen aufdruck eine Kirche zu bauen die Kinder rannten ins Dorf und erzählten es den anderen die sicherheitshalber eine kleine Kapelle bauten prompt entsprang aus ihr ein Quell und und seine Wasser galten als heilsam die Madonnenschreine am Wegrand legten dankbare Zeugnisse ab von wundersamen Heilungen und Fügungen dann kam der medische Papst Leo X in die Gegend und in den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts wurde die Kirche als Ort der Anbetung eines Wunders vergrößert und verschönert was nichts oder auch sehr viel damit zu tun haben mochte dass ein gewisser Martin Luther immer lautstarker darauf drängte einen direkten Draht zwischen Gläubigen und den Schriften so wie Gott herzustellen ich fand den in mehreren Phasen und architektonischen Stilen errichteten Waldfahrtsort verlassen davor wachte nur ein Hund der sich nicht einmal erhob als er mich kommen sah ich betrat die dunkle Kirche unter der die Quelle lag und erschrak als ich am Altar eine kniende Gestalt bemerkte erst als ich näher trat schälte sich im halbdunkel heraus dass die menschengroße Figur in grober heller Leinenkutte und Tonsur die ehrfürchtig mit stigmatisierten Händen kniete ein San Francesco aus Gips war die Kirche im lateinischen Kreuz war voller roter Alpenfeilchen dicker Kerzen und Strahlenkranz Standarten standen herum und die Bibel lag aufgeschlagen da als hätte eben noch eine Menschenmenge den biblischen Worten gelauscht es roch feucht einigermaßen erschreckt trat ich wieder aus dem Gebäude wo immer noch der Hund lethargisch kauerte vor der Kirche war ein großer Parkplatz und zeigte an dass hier doch öfter und viele Leute her kamen in dem Moment tauchten zwei Frauen auf Mutter und Tochter schienen sie mir die ältere hatte dünne stachsige Beine und die jüngere redete auf sie ein sie liefen auf die Kirche zu als suchten sie in ihr das heil ich machte einen Schritt in ihre Richtung und richtete eine Frage an sie scusi können sie mir näheres erzählen über die Geschichte hier kaum hatte ich den Mund aufgemacht zogen die beiden wie hysterisch Masken über sodass sie aussahen wie Rhinocerosse dazu hoben sie abwehrend die Arme vors Gesicht stießen ein entsetztes Nein hervor und hasteten in die entgegengesetzte Richtung davon dann klingelte mein Telefon eine mir unbekannte Nummer blinkte auf pronto meldete ich mich do be sei tönte es aus dem Apparat ich wusste zwar noch wo ich mich befand nicht aber wer die helle Frauenstimme am anderen Ende war qui sei wer bist du fragte ich deshalb und erfuhr Maria es entbehrte nicht einer gewissen Situationskomik wie ich vor dem Marienheiligtum stand während zwei maskierte vor mir flüchteten und Maria sich meldete auch sie meine Wandergefährtin vom vergangenen Sommer hatte ich angerufen weil ich mich erinnerte dass sie mir erzählt hatte sie wohne in Castellon Fiorentino ursprünglich hatte ich sie kontaktiert als ich nach einer Übernachtungsmöglichkeit suchte zwar sagte sie mir Platz um mich unterzubringen hätte sie keinen weil die Tochter mit ihrem Freund da sei aber ob sie mich ein Stück des Weges begleiten könne glücklicherweise hatte ich in der Zwischenzeit meine Unterkunft gefunden und und auch angenommen sie habe nur aus Höflichkeit gesagt sie wolle mich begleiten aber nun freute ich mich umso mehr über Marias Anruf wir verabredeten uns also für den kommenden Tag loggos verschwunden in der Bibel sprach Ezechiel über den Fürsten von Tyros im Garten Gottes in Eden bist du gewesen allerlei kostbare Steine umgaben dich durch deinen ausgedehnten Handel warst du erfüllt von Gewalttat in Sünde bist du gefallen kostbare Steine Gold die Schätze der Erde das waren heute auch Erdöl oder Lithium die das Leben bequem machten und dem Besitzer wichtig aber die Vertreibung aus dem Paradies resultierte aus ausgedehntem Handel und der damit immer verbundenen Gewalt was schon Ezechiel wusste weiter sinnierte ich darüber dass das mit dem Baum der Erkenntnis gründlich schief gegangen war aber immerhin hatte noch kein Mensch vom Baum des Lebens gegessen der in der Bibel gleich daneben stand und von dem man ebenfalls nicht kosten durfte doch seit einigen Jahrzehnten schraubten Zweige der Wissenschaft und viel Kapital auch am Baum des Lebens aus der Ferne von Vasaris Loggia in Castiglion Fiorentino hatte das Paradies Tal jedenfalls paradiesischer ausgesehen als wenn man wirklich darin war neben der Straße lukten kleine Pflänzchen zeilen gerade aus dem trockenen Boden eines rechteckigen Feldes und lechzten nach Regen dahinter zog sich der Kanal Wingone schnurgerade durch das Tal meine Füße die den ersten Kontakt zur Erde herstellten gewissermaßen als Vorhut des Ichs schlugen hart auf den Asphalt und gaben die Erschütterung an den unteren Rücken weiter Ich fragte einen Jemand den ich hinter einer Hecke in seinem Garten arbeiten hörte wie weit es bis zur Winzerin seien Noch 300 Meter gab die körperlose Stimme zurück Die Winzerin in blondem Kurzhaar empfing mich mit geschäftiger Herzlichkeit und bat in die ungeheizten Räume Anstelle eines Handschlags setzten wir die Masken auf und nahmen in einigem Abstand an einem langen hölzernen Tisch Platz an dem sonst Weinverkostungen stattfanden Wie es gehe? Es geht sagte sie und bot mir Wasser und Wein an Die Geschäfte liefen zäh das trockene Klima zwang die Landwirte zum Umdenken Die internationalen Gäste warteten mit Reservierungen Sie war jetzt Präsidentin der Agrarvereinigung in Arezzo Es war kalt im Raum und im begehbaren Kamin hinter dem Tisch brannte kein Feuer Ich ging ins Bad und dann brachen wir auf nach draußen wo die Sonne wärmte Sie machte mich noch auf die im Garten installierte Pergola Choreografie aufmerksam in der im Sommer zivile Hochzeiten geschlossen wurden danach begutachtete ich die mit Fässern und recycelten Holzkisten dekorierte überdachte Terrasse auf der die Gäste Wein konsumieren konnten und erkannte die Anstrengung den Erwartungen der anderen zu entsprechen Auf dem Rückweg ging ich den Kanal Wingone entlang durchs Tal zurück nach Castiglioni Einfach und Strax durchzog er es Jogger liefen ihn entlang Musik im Ohr und Halter führten ihre Hunde Gassi Nur einmal musste ich an einer Brücke eine Entscheidung treffen auf welcher Seite des Kanals ich laufen wollte und entschied mich für die weniger Begangene Fortan kreuzte niemand mehr meinen Weg und es begann mich zu frösteln weil die Sonne bereits hinter Castiglion Fiorentino sank Mit den Schritten schwarnte es mir dass ich einen Fehler begangen hatte und fand meine Ahnung bestätigt als ich schließlich eine Landzunge erreichte an der zwei Kanäle sich wie ein auf den Kopf gestelltes V trafen Mittendrin stand nun ich und auf der anderen Kanal Seite sah ein Herr mit Dackel neugierig zu mir herüber Einen Kilometer zurück zu laufen empfand ich als würdelos und so maß ich mit den Augen wo die Wasser am niedrigsten standen und tat einen langen Sprung hinüber ans andere Ufer zum Glück ging es gut und ich erreichte es trockenen Fußes der 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 Herr mit den Dackel sah sich seiner Belustigung beraubt sagte etwas zu seinem Kurzbeiner und als der ihn nur anschaute und nichts erwiderte trollten sie sich ich war irgendwo unterhalb von Castiglion Fiorentino gestrandet die Stadt war nicht zu verfehlen weil sie über meinem Kopf thronte schnell wurde das Licht blau und der Himmel dunkelte sodass ich mich beeilte nach um dort die gute Fee zu treffen die mich in die Wohnung lassen wollte der von der loggia gerahmte landschaftsausschnitt bot auch abends sein schauspiel gelbliche lichter glitzerten aus dem tal hoch wie elektrische christbaumkerzen während darüber die sterne am wolkenlosen himmel wieder schienen adeo kio lebe wohl nur ein paar minuten später schwebte die gute Fee auf mich zu sie war in einen weiten grauen tweed mantel gehüllt der mich an die bilder des malers pontormo erinnerte jacobo carucci der nach seinem geburtsort pontorme bei empoli benannt wurde ging mir in jenen tagen nicht aus dem kopf und so konnte es nicht verwundern dass ich überall regungen farben und sujets mit ihm verbannt im geiste war ich schon zu ihm unterwegs wie ein dunkles schwert stach jetzt der turm des cassero in den himmel und in seinem giebel ganz oben hing freischwebend eine glocke in jenem eck der stadt zwischen piazza rathaus und cassero fand ich mich tatsächlich zurückgeworfen in ein weit entferntes mittelalter obwohl der ortsname auf florenz verwies waren es ursprünglich die perugina gewesen die im 14. jahrhundert die wehrhafte burganlage mit hohen mauern und den turm erbaut hatten ich hatte die fee schmaler in erinnerung aber vielleicht täuschte mich das gedächtnis auch hinter einer maske grüßte sie herzlich und wir umarmten uns kurz doch ich sah von ihrem gesicht nur die augen die wohnung lag tatsächlich nur wenige schritte entfernt im eingang die küche dann rechts bad und schlafzimmer in gelb sowie ein weiterer raum linker hand jedoch war ich schlichtweg zu müde ihn auch nur zu betreten es roch wie an orten die lange geschlossen blieben und die fenster läden waren alle zugezogen in regelmäßigen abständen schnaufte die heizung endlich nahm die gute fee innen die maske ab sodass ich ihr gesicht sah und zeigte mir das bad und den kühlschrank und erklärte wo ich im ort etwas zu essen bekam alles in der wohnung war blitz sauber wenn das mobiliar auch einige jahrzehnte alt war zum abschied sagte die fee noch sie würde meinen namen nicht registrieren als die tür hinter ihr zu fiel drehte ich den schlüssel um und legte mich aufs klamme bett nie hätte ich mir träumen lassen in so eine situation zu geraten klandestina illegal vom wohlwollen freundlicher menschen abhängig klam hieß auf lateinisch heimlich und destino war italienisch für schicksal es fühlte sich an als verschwende ich vor den augen der welt während ich einschlief dachte ich nach über das wort klamm heimlich und fragte mich ob es nur ein pleonasmus sei oder etwa nicht doch auch ein klein wenig mit feuchtkalten verstecken im untergrund zu tun haben mochte draußen hörte ich ein Auto heranfahren und lauschte ob es anhielt das war die schriftstellerin barbara de mars mehr über ihre bücher finden sie auf unserer webseite www.kontrafunk.radio dort können sie diese sendung auch nachhören wir versorgen sie täglich mit informationen frei von lügen humbug und gedudel bitte unterstützen sie uns mit einer spende oder abonnieren sie den kontrafunk rundfunk beitrag www.kontrafunk.radio www.kontrafunk.radio